Wir haben unser Häusl hier gebaut in Rust Und wir hatten, da hinten greift auch, da ist auch wieder einer, siehste? Vorsicht, komm rein, komm rein, komm rein! Scheiße, die Waffe! Ach kacke, verwackelt die Waffe Oh shit! Er hat mich um, er hat mich umgebracht Okay, 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 ich hab's gesehen. P250, so ne Scheiße! Hätte Camp Fuck ey Mit, mit was hat sich gekillt? Mit der Pistol? Ja, mit der P250 Komm und direkt wieder hoch und heb deine Sachen auf Ja, 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 ja Kann ich, kann ich nicht aufheben, so Ich glaube, ich hab ihn gut getroffen, er rennt weg Oh shit, ich muss nachladen Oh fuck, ich werd von unten getroffen, geh lieber wieder rein, geh lieber wieder rein Ich hab noch nicht alles eingesammelt Okay, okay, alter, was für ein Angriff Du musst doch langsam mal sterben, ey, ich hab ihn so hart getroffen Scheiße, dass Blee jetzt nicht da ist Ja, ja Fuck, ah, mich trifft eine, Achtung, Achtung, Achtung Huh Alter, ist das spannend Scheiße Ich hab doch noch nicht alles aufgehoben Ach, scheiße, ich rausge Fuck, ich bin gekillt Ach du Scheiße, er hat mir nen Headshot gegeben Hoffentlich ist mein Zeug nicht runtergeflogen Scheiße, scheiße, scheiße Wo warst du, wo warst denn? Ich bin oben an der Kante gestanden Ach du Kacke, krass, ey Achtung, ich geh, ich geh, ich geh Huck, direkt, wenn man rauskommt, links Das liegt noch hier oben, ja Fuck Okay, ich hab immerhin die Waffe wieder bekommen Ach du Kacke, ey, ist das jetzt, ist das jetzt scheiße hier gerade Warte mal Furchtbar, der haut der Bli ab und zack, werden wir überfallen Übel, aber ich hab's jetzt auf Video Ich hab's, ich hab's auf 8mm Erst hab ich nen Warnschuss abgegeben, dann hab ich sie gewarnt Dann hab ich den einen auch, dann hab ich den einen noch einmal getroffen Der hat sich dann so zur Seite verpisst und dann haben wir uns von der Seite angegriffen Haben wir bestimmt gecheatet, wie, wie ganz Große Sie werden, wie die Großen werden die gecheatet haben Da geh ich auf jeden Fall ganz fest von aus Also da geh ich hundertprozentig Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, wie man uns sonst umbringen sass Ja, echt Also was für ne blöde, unkluge Aktion eigentlich Zwar so ne Burg von außen anzugreifen Zwei gegen zwei Und dann schaffen sie's quasi auch noch uns zu töten Das darf eigentlich nicht sein Ja Das ist, weil wir Kacknoobs sind Wir sind angegriffen worden Wirklich? Du wirst In der Sekunde, wo du gegangen bist, greifen die an Ich fang die Aufnahme sogar an, ne Um's zu beweisen Ey, die haben uns gepimmelt, ne Also ist noch alles da Die sind nicht reingekommen So, hier, Aufnahme von der Basis Das Ölchen Yeah Bli ist auch da Bli arbeitet unten Hier Hier Äh Äh Bist du in der U-Bahn geboren, oder was? Äh, ne, sei schon Ih, ihh, ihh, ehh, 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 ehhh W blur, 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 blur... They do good jobs Wäre ich dabei, hätten wir sowieso die genutzt. Bli war wahrscheinlich einer der Angreifer. Ein zweiter Count. Oh, kein Holz mehr. Männer wollen Holz. Oder wie manche Leute sagen würden, Holzfleisch. Wieso ein bisschen Holzfleisch oder Fisch? Holzfisch, genau. Willst du ein bisschen Fisch haben? Ich bin Fischer von Beruf. Ich bin Hochseefischer. Machen wir den Ofen aus, bitte, Bli. Ach so, halt. Jetzt. Oh. Mach du ihn aus. Hier sind die Fragmente. Ich schmeiße dir vor die Schnitz. Oh, tatsächlich. Das ist ziemlich nah. Ist nicht weit weg. Okay, die nächste Etage entsteht. Ich habe Kopfschmerzen. Voll gegen die Tür geraten. Oh, hier ist ja gar kein Licht. Alter, ich sehe gar nichts. Komm mal runter mit der Fackel oder so, Killer. Oh, ich dachte, du wäre Mini-Me, Alter. Du hast dich so komisch geduckt, Alter, das war voll eklig. Ich weiß nicht daran, dass er so eklig ist. Ja, Tay, please. Also, sollte uns der Eigentümer dieser Hütte jetzt in diesem Video sehen, kann ich nur sagen, es tut mir leid, aber du bist das Arschloch, denn du bist bereit, dich zu verteidigen gegen uns. Genau. Das haben wir auch nicht vorhin festgestellt. Das geht's ja nicht. Was für ein fieser Kerl du bist, dass du uns hierbei angreifen würdest, wenn du jetzt hier wärst und uns sehen würdest, wie wir dein Haus einnehmen. Das ist echt fies von dir, deswegen werden wir es auch später noch anzünden und ja. Jetzt haben wir eben das Halt hier vergrößert. Das kann er in seinem Haus nutzen, die Treppen irgendwie. Also, das war natürlich alles lieb gemeint von uns. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Nur neben drei Wochen Sackhüpfen der Britannia hast du auch die zwei niegelnagelneuen Treppen gewonnen. Genau. Fast nicht benutzt. Es sei denn, wir finden noch Sprengstoff, dann hast du verloren. Dann sind die Treppen wieder weg, mein Freund. Ich bin auf der Straße, ich lage hier ein Schwein. Ich jag grad'n Hirsch. Oh. Da jagt aber noch jemand das Schwein, das war der New Momancer, oder? Ja, guck mal, da sind auch zwei Schweine wieder sogar. Guck mal einer an. Hoffentlich kommt hier keine Treppe. Da hinten ist noch ein Zombie. Oh, du hast den Pfeil im Kopf hängen. Ich? Was? Ja. Bei mir ist sofort ein Pfeil im Kopf, der geht durch deinen Kopf durch, der kommt vorne wieder raus. Der ist aus ihm abgeprallt, wahrscheinlich. Also, man könnte hier an der Seite bomben, aber ich weiß jetzt nicht, ob es viel bringt. Oh, yeah. Schmeiß mal 8 auf einmal, komm. Was ist denn das hier? Dann haut mal die Tür auf. Warte, warte, warte. Deine Mutter ist für so hier. Ach, geht nicht. Incorrect Password. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nichts mehr machen. Ich seh's schon kommen. Die Tür bricht gleich. Sie bricht gleich auf. Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Die hat's gleich hinter sich. Die frisst wie sonst was. Die schluckt. Wie in der dreckige Alter. Deine Mutter. Ja, die ist gleich, die ist gleich fort. Mensch. Alter, die ist hin, die ist hin. Die ist weg. Das ist die erste Eisentür. Yes, die ist offen. Jawohl, rein. Ach, scheiße, die ist leer. Leer. Das kannst du nicht zerwerfen, ne? Ja, dann geht's weiter, geht's weiter. Komm. Oh, ist die Dunkel. Olli, hör mir auf. Ja, 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 ja. Alles leer, alles leer. Oh, oh, oh. Im Ofen ist eine Schrotflände drin. Und Schrotflände Munition. Und, und, ein Lockpick. Ich hab ein Lockpick gefunden. Ah, yeah. Ich hab sein Futter. Er hat's im Ofen sein Scheiß versteckt. Ich sage, wir rennen die Tür heute noch ein. Aber hallo. Ja, ja, dann auf geht's.